Hallo und herzlich willkommen beim Stehpaddlerverleih am Schlachtensee. Bei uns kannst du Stand-up-Peddleboards mieten, hier vor Ort, wenn nicht zu viel los ist, oder online auf unserer Webseite. Es gibt Zehnerkarten oder du machst einen Einsteigerkurs, wenn du es noch nie gemacht hast. Dabei zeigen wir dir die Basics, aber auch natürlich die weiteren Schritte, was du noch alles beim Stand-up-Peddle lernen kannst, damit du einen sicheren Start hast in eine neue Sportart. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, Stand-up-Peddle-Yoga zu machen. Ein neuer Trend, der aber auch schon weit angekommen ist und viele Leute inzwischen das machen, das Yoga und Stand-up-Peddle zu kombinieren und auf dem Wasser Stand-up-Peddle-Yoga zu betreiben. Wenn du in einer Firma arbeitest, vielleicht deine Abteilung leitest oder einfach deinem Chef, deine Chefin eine tolle Idee präsentieren möchtest für einen sommerlichen Teamausflug, dann ist unser Stand-up-Peddle-Team-Event genau das Angebot, mit dem du begeistern kannst. Und für dein Kind kannst du einen Stand-up-Peddle-Kindergeburtstag bei uns buchen, sodass dein Kind mit Freunden und Freundinnen hierher kommt und unter Anleitung eines zertifizierten VDWS-Sub-Instructors einen tollen Tag erlebt und viel, viel Spaß haben wird. Und du auch natürlich viele Fotos und Bilder machen kannst, die noch lange in Erinnerung bleiben werden. Wir sind hier im Restaurant Fischerhütte am Schlachtensee. Am See haben wir unseren großen Biergarten, der ist jeden Tag ab 9 Uhr geöffnet und wir freuen uns natürlich auf zahlreiche Besuche.